Wenn Sie mit der Geschichte tatsächlich an die Presse gehen, dann werde ich Kim so dermaßen durch den Dreck ziehen, dass sie sich davon nie wieder erholen wird. Nein, ich hatte gehofft, Sie kümmern sich um unseren Ehrengast. Kommt die Queen? Ministerin Eschberger-Löderich. Frau Ministerin, sind Sie die richtige Ansprechpartnerin in der Landesregierung, wenn ich eine Bausubvention beantragen will? Perfekt. Ich habe doch den Umschlag hier deponiert, 25.000 Euro. Wie konnte das Geld aus diesem Büro verschwinden? Es ist Ihr Job aufzupassen, dass hier kein Unbefugter hereinkommt. Noch einen Tiefschlag, das kann er überhaupt nicht gebrauchen. Bitte, Elisabeth, du kennst Emilio. Er ist nicht so, zeig ihn bitte nicht an.